Der Abschlag in der gesetzlichen Rente. Ein Überblick über die Rechtslage. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Viele Versicherte erhalten eine gesetzliche Rente, oft mit Abschlag, und stellen dann die berechtigte Frage, warum bekomme ich eigentlich einen Abschlag auf meine Rente, wo ist das gesetzlich geregelt? Mit dem Rentenreformgesetz 1992 wurde zum 1. Januar 1992 erstmals der Paragraf 77 SGB VI, Sozialgesetzbuch Nummer VI, das ist das gesetzliche Rentenrecht, eingeführt. Und seit dem 1. Januar 1992 gibt es im Geltungsbereich des heutigen gesetzlichen Rentenrechts die Möglichkeit, Altersrenten vorzeitig in Anspruch zu nehmen. Da der Versicherte auch damit den Vorzug eines längeren Rentenbezugs hat, wird dieser Vorteil des längeren Rentenbezugs durch den gekürzten Zugangsfaktor ausgeglichen. Also hinter dem Abschlag, so sagen wir das immer im Volksmund, steht an sich der Rechtsbegriff Zugangsfaktor. Und in diesen Fällen ist der Zugangsfaktor immer kleiner als 1,0. Das heißt also, wenn ich eine vorgezogene Altersrente in Anspruch nehme, die auch tatsächlich mit Abschlag behaftet ist, bekomme ich einen geringeren Zugangsfaktor als 1,0. Dieser Vorteilsausgleich, der durch den Zugangsfaktor gesteuert wird, kannte das vor dem 1. Januar 1992 geltende Rentenrecht nicht. Also gab es das nicht. Hingegen der Nachteilsausgleich, also die Gewährung eines Rentenzuschlags, wenn eine Altersrente erst nach Vollendung der für den Betroffenen geltenden Regelaltersgrenze in Anspruch genommen wird, schon im alten Rentenrecht, also vor 1992, bekannt war. Im Rentenrecht bis zum 31.12.1991 war der Rentenzuschlag bis zum Erreichen des 67. Lebensjahres begrenzt. Und das gibt es heute seit 1992 nicht mehr. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Opa Horst mit 87 Jahren erst jetzt seine Altersrente in Anspruch nimmt, dann bekommt er unbegrenzt bis zum Rentenantrag oder bis zum Rentenbeginn mit seinem 87. Lebensjahr einen Rentenzuschlag auf seine Altersrente zuerkannt. Und das kann erheblich sein. Im Grundsatz haben wir drei Bereiche, in denen es einen Abschlag in der Rente geben kann. Das ist einmal bei der gesetzlichen Altersrente, bei der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente und bei der hinterbliebenen Rente. Ganz grob können wir sagen, keinen Abschlag, also der Zugangsfaktor 1,0, liegt immer dann vor für die Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage für die Ermittlung von persönlichen Entgeltpunkten einer früheren Rente waren. Bei einer Altersrente ist das immer dann der Fall für den Zeitpunkt oder das Lebensalter, wo man weder vorzeitig noch verspätet eine Rente beanspruchen kann. Bei einer Rente wegen Erwerbsminderung nach Ablauf des Kalendermonats, in dem der Berechtigte das 65. Lebensjahr verendet hat. Das heißt also, wenn jemand mit 65 eine EM-Rente bekommt oder er hat zu diesem Zeitpunkt vor Beginn der EM-Rente das 65. Lebensjahr verendet, kriegt er keinen Abschlag. Und bei einer hinterbliebenen Rente, in dem der Versicherte erst in dem Kalendermonat oder nach Ablauf des Kalendermonats verstirbt, in dem er das 65. Lebensjahr verendet hat. Ja, also wenn der versicherte Ehepartner mit 87 Jahren verstirbt, dann bekommt seine Witwe oder der Witwer keinen Abschlag in der hinterbliebenen Rente. Und Sie sehen schon, nur alleine mit diesen paar Sätzen, wie kompliziert und komplex die Rechtslage ist. Grundsätzlich verknüpft sich nämlich der Abschlag oder rechtstechnisch Zugangsfaktor gesprochen immer mit Entgeltpunkten, die noch nicht Grundlage für die Ermittlung von persönlichen Entgeltpunkten einer früheren Rente waren. Und damit wir Licht ins Dunkel beim Rentenabschlag bringen, werden wir verschiedene Videos zu diesem Thema veröffentlichen, anhand von Beispielen zeigen, was genau gemeint ist. Dabei werden wir zwischen Altersrente, EM-Rente und hinterbliebenen Rente unterscheiden. Näheres zum Thema Rentenabschlag finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine abschlagsfreie, starke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Bertenberater Peter Knöppel